Hi! Herzlich Willkommen zurück im Freispiel. Herzlich Willkommen zurück zu Das sind die Messe Herbstneuheiten 2020 im Freispiel. Ich will euch kurz mal erzählen, wie Wild Cards funktioniert und was wir davon halten. Wild Cards liegt uns auf einer Art besonders am Herzen, weil das von Board Game Circus ist. Das ist ein Verlag, mit dem wir erstens sehr gut zusammenarbeiten und zweitens gut befreundet sind, weil der von hier ist aus Freiburg oder momentan oder mittlerweile aus Bad Kotzing, was hier um die Ecke ist. Und Ferdinand Schnitzler, der Autor des Spiels, der kommt aus Freiburg. Den kennen manche von uns auch schon länger. Und wir freuen uns riesig, dass der jetzt seine erste internationale Veröffentlichung mit Wild Cards im Hause Board Game Circus hat. Es ist ein Set Collection Spiel für drei bis fünf Spieler, das ungefähr 20 bis 30 Minuten geht und folgendermaßen funktioniert. Wir haben hier eine Auslage von Tieren. Hier sind Nachziehtiere. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Tiere an der Zahl. Das Eichhörnchen, den Adler, das Erdmännchen, den Löwen, den Steinbock und den Pfau. Und die wollen wir anlocken, indem wir Habitatkarten ausspielen. Das sind dann Karten mit so Lebensräumen. Und jetzt habe ich hier ganz schlecht unbunt gezogen. Ich habe jede Menge Wälder und ein Gebirge auf der Hand. Diese Zahlen, die haben Karten, die Karten haben Zahlenwerte. So, die Karten haben Zahlenwerte. Und alle Mitspielenden wählen jetzt gleichzeitig eine Karte aus, die sie spielen wollen. Machen wir das hier mal für drei Spieler. Das ist eine Auslage für... Machen wir das weg. Das ist nämlich eine Auslage für vier Spieler. Also es ist immer ein Tier weniger in der Auslage als Spieler teilnehmen. Sprich, mindestens eine spielende Person wird leer ausgehen jede Runde. Und diese Karte, die wir ausgewählt haben, die sind jetzt Gebote, um den Erstzugriff auf die Tiere, die ausliegen. Das heißt, je höher die Karte ist, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Tier bekomme. Relevant ist dabei, dass ich das Gebot hinterher bezahlen muss, und zwar mit weiteren Handkarten. Da habe ich also eine Viererkarte ausliegen und kann mir damit ein Tier nehmen, muss ich drei weitere Handkarten dazulegen. Jetzt haben wir vier insgesamt. Die kommen dann auf den Ablagestapel und ich darf mir eins dieser Tiere aussuchen. Dabei gibt es zweierlei zu beachten. Das eine ist natürlich, ich möchte hohe Karten spielen, um überhaupt Zugriff zu bekommen. Andererseits muss ich überlegen, ob nicht eventuell Gleichstände entstehen könnten. Das ist jetzt hier zufällig entstanden. Wir haben zwei Spielende, die jeweils eine Vier gespielt haben. Und in diesem Gleichstand müssen die jetzt mit den Karten, die sie nutzen, zum Bezahlen des Rechts zuzugreifen, machen wir das hier mal absichtlich schlecht. So, eins, zwei. Wir müssen jetzt quasi mit den Karten, die sie zum Bezahlen nutzen müssen, den Gleichstand versuchen aufzulösen, indem sie die jeweils höhere Summe an Kartenwerten ausspielen. Und ich habe jetzt hier drei Karten dazugelegt, die insgesamt eine Summe von vier bilden. Und meine Mitspielerin Petra hat drei Karten ausgelegt mit einer Gesamtsumme von sieben. Das heißt, sie würde den Gleichstand gewinnen. Sie darf sich jetzt hier zuerst ein Tier aussuchen. Danach ich, Spieler Jürgen, geht leer aus, weil ja nur zwei Tiere vorhanden sind bei drei Spielern. So, jetzt gibt es dabei aber noch mehr zu beachten. Nämlich haben die Tiere unterschiedliche Habitate, in denen sie leben. Der Adler ist hier im Gebirge unterwegs, das Erdmädchen in der Savanne, das Eichhörnchen zum Beispiel im Wald ebenso wie der Pfau. Und wenn alle Karten, die ich gespielt habe, also sowohl meine erste Beatkarte als auch die zum Bezahlen dann, wenn die alle die gleiche Landschaft zeigen, wie das Tier. Machen wir mal hier den Adler weg, legen Eichhörnchen hin. Und wie heißt die noch? Petra, ne? Petra hat jetzt hier nur Waldkarten gespielt. Wenn sie sich jetzt entscheidet, das Eichhörnchen zu sich zu locken, dann korrespondiert die Landschaft, die sie gespielt hat und zwar auf allen Karten mit der Landschaft oder dem Habitat, in dem das Tier lebt. Und dafür erhält sie zwei zusätzliche Siegpunkte. Alle Karten müssen dann übereinstimmen mit der Landschaftsart, in der das Tier dargestellt ist, um diese Bonuspunkte abzugreifen. Ich nehme mir halt das Erdmännchen. So, zack. Nachdem wir jetzt Tiere übernommen haben, wird geschaut, ob sich die Mehrheiten am Halten der Tiere geändert hat. Petra hat ein Eichhörnchen, sonst besitzt keine Spieler in ein Eichhörnchen. Und deswegen erhält jetzt Petra diese Eichhörnchen-Bonuskarte, so wie ich die Erdmännchen-Bonuskarte erhalte. Die sind einerseits einfach Punkte wert. Wenn ich dem Spielende halte, sind die Tiere alle einen Punkt wert, abgesehen vom stolzen Pfau, der ist drei Punkte wert. Dafür kann der sonst nichts. Und zudem geben die Sonderfähigkeiten. Dann komme ich sofort zu. Die Mehrheiten, nein, nicht die Mehrheiten, der Besitz dieser Mehrheitenkarten, der ändert sich nicht, wenn sich die Mehrheit ändert, sondern sobald irgendeine mitspielende Person die gleiche Anzahl der Tiere des derzeitigen Mehrheitenhalters erreicht. Wenn ich jetzt in der späteren Runde auch ein Eichhörnchen bekomme, Petra hat immer noch nur das eine, dann wandert das Eichhörnchen sofort zu mir. Es gibt dann eine spezielle Karte, die alle Spielenden besitzen und ich glaube, die habe ich jetzt hier dummerweise mit reingemischt. Das ist diese hier. Wenn ich die biete, dann habe ich quasi null Punkte geboten und werde somit leer ausgehen, aber ich darf Karten nachziehen. Das ist die Möglichkeit, wie ich an neue Karten rankomme. Und zwar darf ich dann beliebig viele Karten abwerfen und auf mein Handlimit von sieben Karten nachziehen. Das hört ihr jetzt nur, es ist, da ist wohl was passiert. So, jetzt ist es wieder ruhig. Dann darf ich auf sieben Handkarten nachziehen und da können wir schon anfangen, die Sonderfähigkeiten zu erklären. Nämlich zum Beispiel das Eichhörnchen. Das erlaubt mir, auf zehn Karten nachzuziehen. Zehn Karten ist immer das erlaubte Maximum an Handkarten und mit dem Eichhörnchen ziehe ich halt direkt auf zehn Karten nach. Beim Löwen, dem König der Tiere, ist es so, dass der immer Gleichstände gewinnt. Das hatten wir eben dieses Beispiel mit den beiden Vierern, die liegen. Dann bieten wir beide was dazu. Wenn das dann auch noch Gleichstand ist, würde ich, wenn ich den Löwen bei mir liegen habe, diesen Gleichstand gewinnen, statt dass die Karte aus dem Spiel oder die Tierkarte aus dem Spiel kommt. Der Steinbock, den habe ich selber nie besessen in der Partie, deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, was der macht. Ich glaube, mit dem kann ich die Beatkarte, genau. Die Karte, die ich geboten habe, statt sie auf den Ablagestapel zu werfen, darf ich die wieder auf die Hand nehmen. Normalerweise wandern die auf den Ablagestapel. Der Adler ist ganz interessant, nämlich hat der gute Augen, wie man das so kennt vom Adler. Und der kann deswegen abwarten, bis alle ihr Gebot gemacht haben, bietet selber dann zwei Karten. Dann werden alle Gebote aufgedeckt und dann erst muss der Adlerspieler sich entscheiden, welche seiner beiden Karten er aufdeckt. Also der hat da mehr Kontrolle über sein eigenes Gebot. Und das Erdmännchen, das funktioniert super tricky. Wenn ich das Erdmännchen habe, dann kann ich, wenn ich meine Karten-Nachziehkarte ausgespielt habe, Karten nachziehen und dann eines meiner Tiere mit den Tieren der Auslage vertauschen, bevor die Mehrheiten gewertet werden. Und das kann dann natürlich ganz viel Änderung am Tisch produzieren. Genau. Das sind die verschiedenen Tiere mit den verschiedenen Habitaten. Und wenn der Stapel leer ist, die Auslage nicht mehr aufgefüllt werden kann, dann endet das Spiel mit dem letzten Gebot. Und wer dann am meisten Siegpunkte hat, einerseits eben über diese Habitatsbonuspunkte, andererseits über diese Punkte plus eine Mehrheitenwertung. Das Tier, von dem ich am meisten liegen habe, ist pro Karte zwei Punkte wert. Das Tier, von dem ich am zweitmeisten liegen habe, ist pro Karte einen Punkt wert. Und dann bilden wir die Summe der Siegpunkte. Und wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das war das Spiel regeltechnisch. Finden wir super spannend. Also ganz was Ungewöhnliches tatsächlich. In der ersten Partie haben wir gedacht, huch, da haben die mit dem Balancing nicht aufgepasst. Und dann, um dann festzustellen, dass die Sachen, die wir für viel zu stark erachteten, gar nicht so stark sind, weil der Spieler, der das kontrolliert hatte, das Spiel ein Haus hoch verloren hat. Genau, so sehr, sehr rundes Spiel. Und was uns super gut gefällt, sind die Illustrationen unter anderem. Der Christian Terniederlanden, der hat für Boardgame Circus Q-Birds auch schon die Illustration gemacht. Das war ja auch sehr, sehr süß. Und er hat eben diesen Stil mit diesen gerenderten Quadraten oder geometrischen Formen, mit denen er Dinge baut, malt, kreiert, wie auch immer. Genau, die ganze Grafik ist toll gemacht. Zum Beispiel eine Viererkarte, die hat immer vier Dinge, die zur Landschaft passen. Also die ist hier in der Wüste, da gibt es immer vier Kakteen drauf. Die Einserkarte hat halt nur ein Kaktus. Das ist im Wald genauso. Die Viererkarte hat vier große Bäume, die Zweierkarte hat halt nur zwei Bäume. Bei den Bergen ist es ähnlich. Jetzt habe ich jetzt praktischerweise in der Dreierkarte liegen drei Gebirge drauf. Also auch grafisch ist unterstützt, was für eine Karte ich da ausspiele. Es gibt da noch Joker-Karten für die Landschaften. Da ist dann hier ein Regenbogen drauf. Könnt ihr jetzt vielleicht nicht so gut sehen, weil er sehr kurz ist, weil es die Einserkarte ist. Weil auch da ist dann der Wert der Karte dargestellt durch die Länge des Regenbogens in dem Fall. Ah, guck mal, hier ist ein Vierer-Regenbogen. Der geht dann eben über die gesamte Karte, wenn der Einser-Regenbogen sehr, sehr kurz ist. Und auf solche Details wurde auch bei den Tieren geachtet. Die haben immer, ich hole mal jetzt hier verschiedene Löwen raus. So, zack. Jede einzelne Löwenkarte ist einzigartig. Der nimmt halt verschiedene Positionen ein, der Löwe. Und das tun die anderen Tiere auch. Und da verstecken sich dann auch irgendwie noch ganz viele kleine Details, eine kleine Geschichte erzählen. Also zum Beispiel der Adler auf der Jagd nach einem Hasen, der sich durch die Karten durchzieht und somit so eine kleine Geschichte erzählt. Das ist rundum super liebevoll produziert, das Ding. Uns gefällt es richtig gut. Probiert das mal aus bei uns. Wir haben das ganz offen da. Neuheitentisch, den werden wir mindestens eine Woche noch stehen lassen. Wichtig ist dabei, die Neuheiten dürft ihr nur mit Maske und Handlasinfektion spielen, damit wir die eben nicht in Quarantäne schicken müssen und für euch verfügbar halten können. Sachen, die euch besonders interessieren, machen wir natürlich vorrangig. Schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Lasst uns hier ein Abo da. Und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß mit Spielen und tschüss.